Musik Also vielleicht du kannst mir nachher übersetzen, aber ich verstehe nicht so viel. Es ist wie Schweizer Deutschland. Aber jedenfalls, ich bin Inger Sternsson und ich bin auf die Suche nach Inva Kamprad. So, ich bin gekommen in die Schweiz. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich brauche Leute, die unterstützen mein Projekt. So, bitte, du kannst das machen am Freitag, auf aller Welt. Und heute, ich bin an der Basler-Fasnacht. Und zeige dir, wie schön es ist hier, in der Schweiz. So, vielen Dank, wenn du unterstützt mein Projekt. Oh, noch eine. Noch eine, ich verstehe nicht, du kannst mir nur die Feste. Entschuldigung.